Diese hier angebotene E1-Zimmerwohnung ist ab Juli 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 490 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017